Ja moin, kleiner Umblick, kleiner Umblick. Ja, hallo, guten Tag, ja, 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 wie kann ich dir helfen? Ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Spiel. Ja, da bist du hier auf jeden Fall richtig. Äh, kannst du vielleicht einen Kollegen holen oder hast du auch richtig Ahnung von der Materie hier, also? Ja, auch bei mir bist du richtig. Ich habe auf jeden Fall voll die Ahnung von Videospielen. Hallo, nicht umsonst stehe ich hier in diesem Laden und arbeite hier. Also mal wirklich. Okay, sorry, du siehst nun mal nicht so aus, als wenn du ein Spiele-Nerd wärst. Du siehst halt nicht so aus. Dein Outfit macht es halt nicht her. Oder ich bin einfach nur blind auf beiden Augen. Ja, ich bin gerade die einzige Person, die hier arbeitet. Die anderen sind in der Mittagspause. Und zudem kann ich dir auf jeden Fall erzählen, was Videospiele seit 1976 alles erlebt haben. Ich bin der King of Games. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe Ahnung. Okay, dann habe ich ein paar Fragen an dich, um wirklich festzustellen, ob du ein Spiele-Nerd bist oder nicht. Ja, stell dir, komm, stell dir die Frage. Los, los geht's. Ja, komm, ja, mach. Okay, let's go. Frage Nummer Una. Sonic the Hedgehog ist von welchem Spielehersteller? Sieger. Die Spielereihe Assassin's Creed wurde von welcher Spielefirma erstellt? Ubisoft. Okay, okay. Nächste Frage. Formel 1 2002 ist das Spiel von EA Sports and the Game. Okay, du willst es nicht anders. Es wird heftiger. WoW ist von wem? Blizzard. Okay, du legst es auf den richtigen Fight ein, ja? Def Jam, Fight for New York, ist von wem? EA Sports and the Game. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Der weiß wirklich viel. Mann, 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 Mann. Okay, nächste Frage. Nächste Frage. SSX Tricky. Das beste Snowboard-Spiel aller Zeiten ist von welchem Spielehersteller? EA Sports Big in the Game. Scheiße, der wusste sogar, welcher Spielehersteller das beste Snowboard-Spiel hergestellt hat. Okay, jetzt hab ich dich aber. Freak Style ist von welchem Spielehersteller? Das kennt er hoffentlich nicht. EA Sports Big in the Game. Was? Das weißt du auch? Okay, FIFA 99. EA Sports. Jetzt hat er sogar noch den Spielehersteller vom besten FIFA-Spielerraten. Ich raff es nicht. Alter, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Okay. Spider-Man. Und ich rede jetzt nicht von den Filmen, sondern vom Spielehersteller. Activision. Boah, Digga! Du machst mich schon ein bisschen fertig. Letzte und entscheidende Frage. Wenn du die Frage richtig beantwortest, Digi, bist du mein Homie. Mein Spiele-Nerd schlechthin, also neben mir. Keiner ist besser als ich, davon abgesehen. Aber jetzt die alles entscheidende Frage. Digi, 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 digi. Wer hat Tony Hawk, Prost geht der, zwei, ins Leben gerufen? Activision und Neversoft. Boah, hast du das gehört? Hast du das gehört? Der weiß das sogar noch. Krass, der Typ. Du bist neben mir voll der krasse Spielenerd. Ja, sage ich doch. Ich habe Ahnung. Okay, habt ihr den aktuellen Titel von Rainbow Six da? Struppi, Struppi. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe.